Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu äh... Mother of Pluses! Muuuuhhhhhh Ja, das Spiel, in dem wir uns gegenseitig jagen, aber nicht genau wissen, wer wer ist. Ähm, der Tobi ist jetzt, ja da war die erste Runde, da hat er sich einfach nur... Ja, hat er alles extra gemacht. Das ist jetzt alles nur Tarnung. Und jetzt legt er richtig los. Der wird zur Wand, der wird zum Boden, der wird zur Decke, der wird zu allem. Der fällt einfach um. Der ist ne Wand und fällt einfach um auf einen drauf. Ja eben, tot. Aber immer wenn ich hier was verstanden hab, hat mich irgendwas anderes verwirrt an dem Spiel. Falls ihr das auch zuhause spielen wollt und Probleme habt, irgendwie nen Server zu stellen und zu connecten, ihr müsst Port 7776 bis 7778 freigeben auf eurem Router, also weiterleiten. Oder, oder ein anderer Tipp, spielt einfach was anderes. Tobi, macht dir das keinen Spaß? Nein, überhaupt nicht. Was? Achso, achso. Das ist wirklich jetzt das erste HWS-Kuh-Spiel, wo ich nach der ersten Runde schon weiß, das Spiel wird mir nie Spaß machen. Oh. Hättest du mal was gesagt? Nein, alles gut. Wieso haben wir heute alle Spaß außer Tobi? Genau. Das ist aber doof. Nein, das ist doof. Vielleicht kommt es ja gleich noch. Ich weiß es. Ich finde es aber einfach nur sinnlos, das Spiel irgendwie. Keine Ahnung. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr auf DVD. Boah, jetzt eine Runde DVD wäre krass. Also, ich hätte Bock auf DVD, ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, bin ich voll bei dir, aber die beiden anderen wollen... Aber jetzt wisst ihr ja, an dem es liegt. Oh, dankeschön, Thomas. Ich wollte doch auch sagen, dass du mir was nicht gefallen hast. Ich wollte aber humans voll fett total. Verstehe ich, verstehe ich. Ich fand das auch voll geil. Viele Zuschauer nicht zu mochen tatsächlich. Weil wir wahrscheinlich miteinander gespielt haben. Leute mögen das mehr, wenn wir uns hassen. Wenn wir uns hassen, ja. Ja, das ja auch nicht, weil wenn wir zum Beispiel dich bei dem einen Spiel fertig machen, wollen sie ja auch andere rum. Schlimm ist aber auch, schlimm ist aber auch, wenn wir Broken Grounds spielen, dass die Leute sich dann beschweren, dass wir nicht Worms spielen. Boah, ja. Aber wir haben ja Broken Grounds nur gespielt, damit wir irgendwas haben, was wir raushauen können, weil wir ja Geldgeil sind. Ja, das war ja der Grund, weißt du, und das verstehen die meisten nicht. Weißt du, was wir machen, wenn wir einfach mal keine Idee haben für ein neues Spiel, was wir spielen können, dann fallen die Folgen halt einfach mal für eine Woche aus. Ja, das wollen wir auch mal machen. Und dann spielen wir Worms nämlich privat. Ja. Ja, genau. Keiner kriegt jetzt nicht mehr. Ach ja. So, ich lief mal bereit. Ach so. Alles klar. Mach das, Tobi. So, gute Stimmung heute wieder, ja. Bei Shooter-Spielen bin ich immer so... Gut, wir spielen Shooter. Destiny 2, die ich auch bald raus. Spiel mal zusammen. Ja, PUBG wäre auch mal wieder geil. Bitte nicht. Gott, ey. So. Ey, weil's... Bei Destiny 2 ein guter Spiel ist. Ja, das stimmt. Ich fand's so ein bisschen repetitiv. Ja. Wie das erste halt auch. Hm. Kann ich jetzt eigentlich auch ne Stunde hier stehen bleiben einfach und nichts machen? Könntest du, ja. Theoretisch ja. Wäre ich dann enthüllt? Also, jemand würde dich finden, glaub ich. Hm. Ist das ne andere Map? Das kommt mir so hoch. Ja, ist ne andere Map. Nicht sehr anders. Ist ne andere Map. Wir sind, glaub ich, an einem anderen Teil vom... Ähm. Ja. Was ist los, Pandoria? Ja. Wer rennt denn da? Warum rennen die Leute denn hier auf dem Schiff? Gibt's doch gar keinen Grund. Oh, ernsthaft? Ich hab mich verdrückt. Alter, ernsthaft? Hey, das ist doch ein Scheißwitz. Tobi. Wollen wir mal unsere Zubas aneinander reiben oder was? Alter. Ne, warte mal. Hä? Wer war denn das in nem Kleid? Das war ich nicht. Ich weiß, ich hab dich getötet. Das war doch jemand in nem Kleid. Ich weiß, dass das jemand war. Das kann nur Pan oder Erik gewesen sein. Was? Pan, hör auf damit! Hä? Wie er am Rennen ist, Alter, dieses hässliche Weiß dahinter. Ja, aber du hast ja nicht aufgehört zu gehen. Ja, was sollt ihr so mitten auf der Treppe stehen bleiben oder was? Ja, mal irgendwo stopp machen. Hä? Ich hab dich rennen sehen, was soll ich denn sagen? Ich hab da gedrückt. Ja, eben. Das mein Spruch. Rennen ist halt echt, ne? Schwierig. Ja, ich dachte, mich sieht keiner. Was? Nein! Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Ich hab nicht aufgepasst. Oh mein Gott, ich bin jetzt viel zu stürmisch gerade. Oh, wie dumm. Okay. Konzentration. Konzentration. Beobachte die Leute genauer. Curry ist stürmisch. Du willst gleich so was von meinem Säbel in deinen Arsch kriegen. Ich darf jeden Jäger töten? Oder? Oder nur der, der es auf mich abgesehen hat? Oder dein Ziel halt, ne? Weil ich hätte dich ja jetzt... Hau ab! Oh, scheiße! Aua! Was spricht er denn sich jetzt da ein, alter? Was willst du denn? Ey, du bist so ein Pisser. Der steht da halt an seiner Feuertonne und wartet einfach die ganze Zeit mit der... Ah, das ist unfassbar. Aber siehste, Erik hat es verstanden. Ich wurde getötet von Erik. Puh. Das war aber auch spannend gerade. War Glück. Ja, Pan wurde erwischt, ne? Pracht! Pracht! Oh, da ist jemand aber sehr aufwändig gerade. Ach, das legt mich doch am Arsch! Das ist doch nicht wahr. Ich will auch! Hä? Alter, wollt ihr mich verarschen? Erik betäubt mich und Pan tötet mich von hinten? Was soll die Scheiße? Du was mein Ziel! Was soll denn diese Scheiße, Leute? Ich hab da einen Skill. Einen ganz fiesen sogar. Fahren, das macht man nicht. Was macht man nicht? Da hinten sich hinzusetzen. Nein, was ist los? Nein, was? Achso, dann war ich das nicht. Dann war ich das tatsächlich nicht. Gott sei Dank. Was hast denn du? Nichts? Nein! Was? Wir wurden beide festgenommen. Oh, Scheiße, ich vergesse den immer. Ich hab den auch nicht gesehen. Och, Mann, Pan, ey. Wer bist du denn? Ich kann auch nichts. Wir setzen uns einfach an die Tonne. Komm, wir haben nie was gesehen. Du brauchst gar nicht Hallo, das kannst du nicht machen. Hier ist's. Oh, Mann. Ja, der hat uns gerade auch schon festgenommen, Tobi. Das ist ja bescheuert. Aber der pinnt manchmal ein, Tobi. Da musst du drauf warten, ey. Hä, das ist voll merkwürdig. Bei mir hat er gerade voll den Falschen anvisiert, als ich zuschlagen wollte. Ja, da muss man halt aufpassen. Die leuchten halt auf, den ihr anvisiert dann, ne? Nein. Doch. Da muss man halt aufpassen, der leuchtet halt öffnet. Alter, du bist so ein Arschloch. Scheiße. Nein, das gibt's doch nicht, diese Scheiß-Bullensau. Au. Ach, Mann. Pan, was hattest du dir vor? Nee, ich hab's gar nicht. Ach, Scheiße. Ah. Wow. Das kann doch nicht sein. Das tut mir leid. Erik, Erik, ne? Hä, das ist voll der Schlagseil, Alter. Ich schwör's euch. Das ist nur, weil du das Eigen, du hast das Icon bei mir überm Kopf. Ich seh auch gar mein Ziel. Ich hab, du hast auch mein Eigen, aber ich konnte dich nicht anvisieren. Das ist voll bescheuert einfach. Ey, Erik, ne? Ich werd dich kriegen. Irgendwann werd ich dich einfach auffressen. Hä? Hä? Wieso? Ich wohnte auf einmal jemand. Ja, ist halt so. Ist halt so. Ich werd dich sowas von auffressen, Alter. Ohne Witz, ne? Irgendwann bist du einfach weg. No, no, no. Was? 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 Alter, die Bahn, ey. Ich verklop die gleiche. Ich renn gleich nach oben und verklop die. Was? Scheißspiel. Ja, dann verklopp ich Tobi. Tobi, lass dein Auto. Kommst mal kurz her, ich will dich verkloppen. Mann! Das gibt's doch nicht. Erik ist erster. Ich weiß nicht, wie Eriks, wie sieht Eriks Charakter aus. Scheiß, ich bin ihm noch nicht begegnet. Noch nicht. Ey! Ach, das gibt's doch gar nicht. Boah, Gott sei Dank. Wo war der Scheiß Kopf? Hä, der guckt von da hinten bis hier rüber, oder was? Was für eine Missgeburt, scheiß Polizeigewalt, Alter. Ja. Quatsch mir nicht voll, Alter. Scheiße. Meinst du, das hab ich nicht gesehen? Komm, ne Range over 9000, Alter. Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Tobi, was war das denn, hm? Das war meine Flasche. Tobi, was hast du da probiert gerade, hm? Ach komm, Erik. Mach einfach nen Kopf zu. Da hab ich auch immer bei den Cops hier stehen, so. Lass es. Das gibt's doch nicht. Lass es. Ich wollte hier nur vorbeigehen. Ich hab nur spazieren. Da war nix, da war nix zum angucken. Ich hab nur spazieren. Arschloch. Ich stand im Kreis, hast du das nicht gemerkt? Der war sein Arschloch, ne? Verte Sau. Boah. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Wenn du wüsstest, was ich unter meinem Turban trage, ne? Ein Zwillingsbruder. Hashtag 100 Kilo Kevin. Richtig. Scheiße. Ähm. Ja. Tobi. Ja. Sind wir die ganze Zeit echt ernsthaft durch diesen Gang gelaufen nebeneinander, Alter? Ich hab keine Ahnung, dass du so's warst, Alter. Ohne Witz. Wie wir einfach nebeneinander lang gelaufen sind. Aber das war schön. Sag, wir müssen mal unsere Turbans aneinander reiben. Ja. Vielleicht leuchten die dann wie so ne Glühbchen. Ich kann aber noch nen Esel dazu nehmen. Alter, zwei jagen mich gerade, find ich nicht schön. Herr Officer. Ich habe die Meldung bekommen, dass zwei persönlich jagen... Der steht wieder bei den Cops rum, Alter. Das gibt's doch nicht! Ich... Fuckin' Kopf! Hör, wie die beiden hier rumstehen und gaffen. Ich muss alle beobachten. Ich muss alle beobachten. Nein, das ist die falsche! Ähm. Was soll die Scheiße? Was? Nein! Nein! Warum hast du dich verwandelt, Tobi? Damit du festgenommen wirst. Du Arschloch! Pan! Du Arschloch! Du hast es kommen sehen. Du hast die Polizisten gekauft, Tobi. Ja. Ich bin Real Madrid. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ey, warte mal! Das kann doch gar nicht sein! Fatima, oder wat? Tobi, lass es! Du bist gleich tot! Das kann sein, ne? Ah. Tobi, ich seh dich da unten! Hä? Ja, ja! Ich hab dich erzählt! Ich mach dich fertig, Junge! Ich mach dich fertig, Junge! Ich bin gar nicht unten! Ich mach dich fertig! Wichtiger Lauch! Ähm... Hallo? Nein! 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 Ich bin gerade aus Versehen an dir vorbei! Ich weiß! Ich hab mich ganz kurz verkleidet und bin wieder zurückgegangen! Alter! Ja, ich wollte... Du bist halt nach unten gelaufen, da wollte ich schnell hinterher, aber dann bist du in dem Moment schon wieder eingekommen! Ich hab's gesehen! Du Arschloch! Und Tobi hat mich gekillt, ey! Ja, Siggi! Tobi ist vor mir! Oh, ne! Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen! Mann, das ist... Das gibt's doch nicht! Was?! Tobi, was?! Tobi, was?! Du Bastard! Hi! Hi! Oh Gott! Oh Gott! Was ist das denn? Oh Gott! Ich bin einfach reingelaufen! Oh Gott! Oh Gott! Arschloch! Im Vorbeigehen einfach! Das Wort Arschloch sollte sich viel mehr durchsetzen, wie ich finde! Hä? Wie?! Entschuldigung! Wie hast du mich erkannt, Curry? An den Balken! Du bist genau in dieser Richtung gekommen und als du durch die Tür gelaufen bist... Ja! ... ist dann plötzlich so auf einmal der Balken so BANG! Ah, scheiße! Mist, ich hatte gerade erst gespawnt! Entschuldigung, tut mir leid, ey! Spawn-Killer! Spawn-Killer! Alle gegen Körperlos! Alter! Krass! Alter, krass! Ich fänd's eigentlich geiler, wenn man immer seinen Skin wechseln würde von Runde zu Runde, oder? Ja, das stimmt! Wenn man gekillt wird, dass man einfach wer anders ist! Ich weiß genau, dass da jemand an der Tonne steht, der nicht so nett ist! Ja! 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 Ich musste immer noch dich töten, weil die ist ja gerade beim Jagen übertroffen! Hä, lol! Aber ich glaub... Ich glaub, das war zeitverzögert dann! Das weiß ich nicht! Pan fand ich scheiß von dir jetzt! Wie du das ausnutzt in solch einer Situation, das find ich echt schade! Ja, hallo! Was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los, ey? Was ist denn, alter... What? Ja, moin! Warum warst du da? Na, Pan? Du hast grad so Glück! Du hast grad so Glück! Pan, hau ab! Officer! Officer, die komische Frau, da belästigt mich! Ah, Mann! Wieso kann der nach hinten gucken? Ah! Nein! Ach, Mann! Ey, das wollte ich doch nicht! Ach, Mann, Alter! Manchmal ist das echt doof mit der... Da ist man echt viel zu hektisch! Das ist doch krass! Ach, ärgerlich, ey! Das nützt dir nicht! Wie? Wie? Ich hab einen Skill! Oh, Mann! Ich hasse dich! Ich hasse Pan, Alter! Wie die Faser meines Körpers! Ja, finde ich auch! Kann ich so... Wollen wir beide? Wir beide haben unser Aussehen geändert! Ich... Ja, als er um die Enke war und ich noch vorher schnell! Ah, und ich war so... Kommt ihr mir mal in die Quere, ey! Ohne Scheiße! Nein! Wieso steht da jetzt einer in der Nähe, da im Weg? Mann! Fick doch die Hölle! Ich wollte... Ah! Schon wieder?! Okay, Tipp! Stellt euch einfach in andere NPCs ran! Ich hab jetzt mal den Überblick hier verloren! Danke, Tobi! Kein Problem, Pa! Tobi ist auf Platz 2! Er hasst das Spiel! Boah, alter Tobi! Das ist ein Witz! Das ist doch ein scheiß Witz! Das darf doch nicht wahr sein! Oh, da wurde jemand entdeckt! Krass! Der ist aber durchs ganze Level gelaufen! Natürlich! Toller Polizist! Scheiß Polizeistaat hier an Bord! Du Schuft! Was?! Ich hasse alles! Ernsthaft?! Was?! Achso! Alter, ihr seid so ne Penner! Curry betäubt mich und Tobi bringt mich sofort um! Hey Tobi, das macht ihr die ganze Zeit! Da schaubt ihr den Punkt ab! Oh, ich find das Spiel so scheiße! Oh geil! Ich hab mich oben gekauft! Ich merke sofort, weil dein Spiel nicht meins ist! Ich bin der Tobi! Du Pisser, ey! Alter! Jetzt läuft's nicht mehr so gut! Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Shit! Alter Tobi, was bist du denn? Und ich werd da mal nur noch verhaftet, weil irgendwo so eine Scheißbulle ist! Ich krieg gar kein Geld mehr! Ich auch! Ich auch! Du! Alter Tobi, das ist der fucking Ernst! Der 62-Punk-Deck! Ja, aber der cheatet der Basta! Ist echt so! Guck mal, wie er sich freut, wie er sich freut, Mann! Arschlochgeburt! Lass mich mal, weil die andere spielen, ich mag's! Habe ich überhaupt nicht gesagt! Doch, hast vor der Aufnahme gesagt! Nee! Ich kann ihn nicht! Penis! Weil du einfach ein Lauch in dem Spiel bist, gibt's halt viel! Alter! Was will er denn jetzt? Nein! Schadet! Ah, da kam der Curry, Mann! Da kam genau den richtigen Momentum, ey! Krass! Oh, scheiße! Oder der Erik war's! Nee, der Curry war's! Ah! Erik, was war das denn? Mann! Du hast meine Ziele getötet! Ich kann nix mehr machen! Aber ich hätte den Killen eh nicht gekriegt, weil bestimmt ein Polizist sonst in der Nähe wäre! Der kommt so angeflogen! Der die ganze Zeit so, boah, ich spiel's eigentlich gar nicht mal so schlecht! Und dann gucke ich auf die... Ja, dann kommt Tobi, weißt du? Ja, dann kommt Tobi, weißt du? Ja, Alter! Boah! Also danach spielt das Spiel nicht mehr, weil Tobi ist einfach scheiße! Ja! Muss man halt auch mal sagen, ey! Soll ich mir auch gefallen, wie Tobi riecht eigentlich auch? Ne, der riecht halt gar nicht! Was? Boah, solche Leute sind mir ja suspekt! Jeder Mensch muss riechen! Er läuft denn da so wütend! Tobi ist so schlimm, der riecht gar nicht! Der konzentriert sich! Ich würd lieber ruhig sein! Der konzentriert sich an echt! Ne, ne, mach ich nicht! Ne, deswegen bist du auch die ganze Zeit ruhig! Äh, ich bin ja am Meister hatten! Ja! Ja, ich hab alle Assassin's Creed Tadde gespielt, Mann! Krieg dir voll was! Ich mag diesen Verkleidungsskill nicht, der ist doof! Warum? Warum, Pan? Das verstehe ich jetzt aber nicht! Es ist das Einzige, was uns von den Tieren unterscheidet! Hä? 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 Wie? Wo kommt das denn jetzt her? Nein! Du, du Wichser! Alter, du bist doch so ein Wichser, Tobi! Ey, ich hasse dich! Warum killst du mich denn? Was hab ich dir getan? Weil es mein Ziel ist, Karin! Ja, dein Ziel! Toll! Wenn ich sage, spring vor ne Brücke, springst du auch nicht vor ne Brücke! Ich muss doch Mr. X begehren, Kevin! Ja, Mr.. Ich bin Mr. X! Guck doch mal auf sein Gesicht! Thomas Mr. X! Wenn du so weitermachst, wirst du ja Mr. Wichs, Alter! Da kommt immer wie so ne Schlange einfach im richtigen Moment, weißt du? Pimmel ein! Hä? Was beschwerst du dich denn? Meinst du sie erst nicht? Hä? Kröte! Du Kröte! Du kleine Bitch! Ey, jetzt warte mal! Komm her, ich schulde euch alle! Hä? Nein! Stimmt ja, du hast mich gehofft! Hä, wie ist das Ziel ungültig? Das stimmt doch gar nicht! Das gibt's doch nicht! Alter, was? Da kommt der Tobi wieder! Wie ist der Tobi, Alter? Hält seine Gummipistole da rein? Alter, was ist der Tobi denn für ein Stricharm? Alter, das gibt's doch gar nicht! Ohne Witzel! Ich hab noch nie so ne Snitch gesehen wie den Tobi, Alter! Der springt einfach irgendwo aus dem Vorhang, wie so ein Vampir! Ich hab doch gesagt, der will uns alle ködern! Ich mag das Spiel nicht, ich bin richtig geil! Ich bin der Tobi mit Lace-Sims übern Kopf! Ja, komm feier dich zu Tode! Arschloch! Ja, komm feier dich zu Tode! Arschloch! Ich hab gewonnen! Oh, das gibt's doch nicht! Ich hatte jetzt, also die letzte Zeit, jetzt war der Wurm, die letzten 10 Minuten... Mann, da war ich einfach, ich hab mich einfach unsichern lassen! Alter, guck ihn dir einfach an, diesen Pestmolch, Alter! Unfassbar, guck mal, wie er guckt! Wie er guckt, wie er guckt! Ja, Mann! Ja, aber doch noch ne Folge, das Spiel macht echt Spaß! Alter, Maul! Alter! Ich find das Spiel nach wie vor sinnlos, aber... Ja, schön, dann sei jetzt ruhig und geh einfach weg! Also... Ja, ich hab's ja schon durchgespielt jetzt, Curry! Ja, sicher! Jetzt, Curry! Du hast doch letzte Folge gewonnen, was hast du denn für... Hä? Zehn Gejagten... Zehn Gejagten-Tötungen, Alter Tobi! Zehn Gejagten-Tötungen? Er ist einfach ein Witz, der Typ! Da haben bestimmt auch ganz viele Fehler gemacht, hundertprozentig! Aber, äh... Ich glaub, wenn man das Spiel drauf... Neuten, stell dir mal vor mit 10 Leuten, oder ich glaub maximal 8 dürfen drauf? Ich glaub... Ich weiß... Da dreh ich aber durch irgendwann, oder? Boah, das wär aber krass! Ja... Das wär echt krass! Ey, Tobi ist halt... Und... Ne... Ne... Das ist voll die Komplexe, der Junge, ey! Das ist voll die Komplexe, der Junge! Mal gucken, was wir so als nächstes spielen jetzt! Lass uns bitte Minigolf spielen, oder so! Aber im Stream mit der Community ist das bestimmt auch ganz geil eigentlich, oder? Ja, aber ohne Tobi! Also, wenn keiner connecten kann, voll geil! Ja, vor allem dann... Boah! Clevin! Clevin? Clevin Doris! Gabs den schonmal? Ich find den grad sehr kreativ! Hahahaha! Jetzt weiß ich auch, warum du keine getötet hast, Pan! Dankeschön! Hahahaha! 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 Was bist du von mir? Hahahaha! 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 Ach, brauchst du auch gar nicht! Brauchst du da Sachen auf dem Disko oder was? Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht! Der ist wieder nur am Fressen da, ne? Hä, ich mache überhaupt nichts! Deine Chips sehen wahrscheinlich aus wie unsere Charaktere hier im Spiel! Nein, meine Chips-Tüte ist aber leer! Da ist nichts mehr drin! Die Chips-Tüte! Ich wollte mal Kohlchips machen. No Carb. Ich weiß, wie das wieder endet. Bei der nächsten Echo-Aufnahme. Ja, dann haben wir so Chicken Wings bestellt. Die waren No Carb. Ja, Chicken Wings und No Carb. Wir ziehen gerade durch, aber wir hatten das wunderbare Kinder-Bueno-Eis. Ich fand das Kinder-Eis, dieses normale Scheiße aus Kinder-Bueno-Eis ist super. Aber wir hatten eine Packung mit vier Eisen. Eisen? Die hatten nicht gerade Eis. Wir hatten mit vier... Bei mir in der Kamera sieht man, dass ich wohl wusste, dass das falsch ist. Da waren vier Eis drin. Da habe ich ihn arg auf dem Eben gepackt und dann hat er einfach die restlichen Eis alleine aufgegessen. Es waren noch zwei drin. Und die Pan meinte, im Stream auf meinen Charakter kacken zu müssen, in Arc, ja. So, mich bewusstlos an den Strand schleifen und dann auch mich scheißen. Und dann habe ich beide Eis, die noch üblich waren. So macht der Low Carb. Ja, rech dich doch. Da habe ich mich gerecht und dann habe ich Eis gegessen. Ja, der Helm hat sich in real life gerecht. Das ist voll assi. Ja, geil. Ich bin gerade vor, wie der Erik so vor dem Kühlschrank stand, so grinsen. So, ich rech mich. Ja, als sie gesagt hat, ja, rech dich doch, bin ich erst mal aufgestanden. Ich habe so ein Wohnzimmer geguckt, bin ich aufgestanden, schön zur Kühltruhe. Ja, gönn dir. Junge, hast du verdient. Und dann schön Eis. Du hättest die leere Packung noch reinlegen müssen wieder. Ich dachte ja da, die leere Packung. Ja, geil. Und ich sage, hä, hast du meine Eis aufgegessen? Ja, du hast mich in Arc angekackt. Hä, was? Völlig legit. Es ist gut, dass man Dinge nicht vom virtuell ins reale trägt, Erik. Das ist sehr gut. Sagt der Richtige. Hä, was willst du denn jetzt? Alter, halt doch deine Fresse. Du hast dich gerade verschissen, Alter, aber du richtiger Lauch. Ja, komm, gehen wieder Bäume bauen, Alter. Geh wieder rumrollen, mach alles kaputt. War alles kaputt. Spiel mal noch schnell eine Runde in dieser Folge. Oder ist es zu lang? Hä, ist es zu lang? Guck doch mal. Ja, stimmt, eine Runde geht ja 20 Minuten. Ja, ich dachte. War gerade so lustig und Spaß haben. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich hatte jetzt überhaupt keinen Spaß. Wenn der nächste Folge auch noch so drauf ist, nehme ich mit dem nicht mehr auf. Hä? Ja, ich nehme mit dir nicht mehr auf. Du kannst nicht mal. Ach so, ach, ihr beide. Gut, ich bin ja raus. So, erst mal ein Schnellfrohr. Erik nicht. So, eine Minute und dann geht's wieder los. Ach so. Okay, ja dann. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tobi, Stinkner, Maggi und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss, Kari. Der kann mal echt woanders zacken gehen, ne? Hassen die sich wirklich? Wum, 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 wum. Lensen wird es richten. Lensen, alle. Barbara, Salisch, aufstehen. Meine Kontaktlinsen sind rausgefallen. Nein, Schnellfrohrat, Schauen. Ne, das verstehe ich jetzt nicht, Pan. Ja, tschüss jetzt. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschau. Was willst du eigentlich? Halt deinen Räumen. Alles klar. Blazechips, aha, sponsert. Ich mach schnell aus, ne? Ja, bitte.